Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit Äthern. So werden in der organischen Chemie Äther als Verbindungen bezeichnet, die als funktionelle Gruppe eine Äther-Gruppe haben. Die Äther-Gruppe besteht aus einem Sauerstoffatom mit zwei organischen Resten. Der Diäthyläther ist einer der einfachsten und zugleich wichtigsten Äther. Er wird in der Medizin und der chemischen Industrie verwendet. Wenn die beiden organischen Reste der Äther-Gruppe alipatisch sind, werden die Äther nach der Jupec als Alboxyalkane bezeichnet. Organische Verbindungen sind alipatisch, wenn sie sich aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammensetzen und nicht aromatisch sind. In der Natur sind Äther weit verbreitete Verbindungen. So kommen Äther-Bindungen bei Geruchsstoffen, bei Blütenfarbstoffen und Polysacchariden vor. Wie die Infografik zeigt, ist bei den Polysacchariden die glycosidische Bindung eine Sauerstoffbrücke zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Durch Luft- und Lichteinwirkung werden Äther autooxidiert. Dabei entstehen Ester oder Essigsäure, aber auch hochexplosive Peroxide. Aus diesem Grund werden Äther luftdicht in braunen Flaschen aufbewahrt. Aufgrund ihrer guten Lösungseigenschaften werden sie als Lösungsmittel für viele Harze, Fette, Öle, Riechstoffe und Farben verwendet. Kommen wir nun zur Struktur der Äther-Gruppe. Dargestellt wird die Äther-Gruppe mit R1, O, R2. Die organischen Reste, R1 und R2, können Alkyl- oder Arylreste sein. Ist R1 gleich R2, bezeichnet man den Äther als einfach oder symmetrisch. Stammen die beiden an den Sauerstoff gebundenen Kohlenstoffatome aus der gleichen Kohlenstoffkette, kommt es zu einem Ringschluss und es entstehen zyklische Äther. Ist R1 ungleich R2, handelt es sich um einen gemischten beziehungsweise unsymmetrischen Äther. So haben Alkyl-Auryl-Äther an ihrer Sauerstoffbrücke sowohl einen Alkyl- als auch einen Auryl-Rest. Die Bindungsverhältnisse in Äthern ähneln denen in Alkoholen und im Wasser. Sauerstoff- und Kohlenstoffatome sind sp3-hybridisiert. Dies führt zu einer tetraedrischen Anordnung der Atomorbitale um alle beteiligten Atome. Der Bindungswinkel des Sauerstoffs ist aufgrund der gegenüber Wasserstoff voluminöseren Alkylsubstituenten mit 112 Grad erweitert. Die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen sind, wie in Alkoholen, ca. 143 Picometer lang, wobei 1 Picometer gleich 10 hoch minus 12 Meter sind. Kommen wir nun zur Nomenklatur. So werden die aliphatischen Äther laut Jupec-Nomenklatur als Alkoxyalkane bezeichnet. So wird bei den Alkoxyalkanen die Gruppe OR2 als Alkoxysubstituent einer Alkankette R1 behandelt. Der Alkoxy-Rest ist hierbei der niederrangigere Substituent. Der höherrangigere bildet den Stamm des Stoffnamens. Die Nennung der beiden Alkylreste mit der Endung Äther liefert ebenfalls Namen, die von der Jupec zugelassen sind. Bei symmetrischen Äther wird die Vorsilbe D vor den sich gleichenden Alkylresten gestellt. Zyklische und aromatische Äther sind fast alle nur unter ihrem Trivialnamen bekannt. Nun wollen wir einige Nomenklaturbeispiele betrachten. So setzt sich die Verbindung Medooxy-Methan aus einem Ethyl-Substituenten und dem Methylrest als Stamm zusammen. Im zweiten Beispiel wird die Verbindung 2-Methoxy-Propan dargestellt. Hier bildet die höherrangige Propankette den Stammnamen. An der zweiten Position des Propylrests ist ein Methoxy-Substituent gebunden. Im nächsten Beispiel ist die Verbindung 1-Epoxy-2-Fluuretan dargestellt. Diese beiden Ketten sind eigentlich gleichrangig. Der Namensstamm wird aber vom florierten Rest der höher substituiertes gebildet. Das nächste Beispiel zeigt Oxacyklohexan. Bei dieser Verbindung handelt es sich um einen zyklischen Äther. Bei zyklischen Äthern ist ein oder mehrere Kohlenstoffatome durch ein oder mehrere Sauerstoffatome ersetzt worden. An der entsprechenden Position wird die Silbe Oxa eingefügt. So ist die dargestellte Verbindung zyklisch, die Ringgröße hat 6 Atome und an einer Position befindet sich ein Sauerstoffatom. Ein zweites Beispiel für einen zyklischen Äther ist die Verbindung 4-Fluroxacyklohexan. Im Ring wird dem Heteroatom die Position 1 zugeordnet. Das Fluoratom ist entsprechend an der vierten Position. Kommen wir nun zu den Eigenschaften der Äther. Äther werden aufgrund ihrer relativen Reaktionsträgheit in der organischen Chemie als Lösungsmittel genutzt. In Wasser lösen sich die meisten Äther kaum oder nur wenig. So nimmt die Löslichkeit in Wasser mit zunehmender Größe des Alkylrestes schnell ab. Äther sind in starken Säuren wegen der stattfindenden Protonierung und der Bildung von Sonium-Ionen gut löslich. Wie bei Alkoholen werden die Eigenschaften der Äther durch die hohe Elektronegativität des Sauerstoffs bestimmt. Da alle Äther brennbar sind und besonders flüssige Niedermolekulare sehr leicht verdunsten, entstehen schnell explosive Gemische. Kommen wir nun zur Äther-Synthese. Für die Äther-Synthese sind verschiedene Wege möglich. Der bekannteste Mechanismus ist die Williamson-Äther-Synthese. Bei diesem Mechanismus wird ein Alkalialkoholat mit einem Halogenalkoholat umgesetzt. Je nach Reaktionsbedingungen und Struktur der Reste entspricht der Mechanismus einer SN1 oder SN2-Reaktion. Eine weitere Variante der Äther-Herstellung ist die säurekatalysierte Kondensation von Alkoholen. Bei dieser Reaktion können zwei Moleküle Alkohol unter Säurekatalyse und Wasserabspaltung zu einem Äther kondensieren. Wenn der gleiche Alkohol verwendet wird, entstehen symmetrische Äther. Werden verschiedene Alkohole verwendet, entstehen unsymmetrische Äther. Eine weitere Möglichkeit der Äther-Bildung ist die Addition von Alkoholen an Doppelbindungen. Bei dieser Reaktion wird das Proton der zugesetzten Säure elektrophil an die Doppelbindung addiert. Der Alkohol lagert sich nukleophil an. Durch anschließende Deprotonierung entsteht der Äther. Abschließend wollen wir drei besondere Äther betrachten. Neben den normalen Äthern, also Alkylresten mit Sauerstoffbrücken, gibt es auch analoge mit Verwandten des Sauerstoffs. So folgt in der sechsten Hauptgruppe auf das Element Sauerstoff das Element Schwefel. Diese Äther werden als Thioäther bezeichnet. Eine besondere Gruppe von zyklischen Äthern sind die Kronenäther. Kronenäther bestehen aus aneinander gebundenen 1-2-Diäthern. Der einfachste Kronenäther ist 12 Kronen 4. Die 12 steht für die Gesamtzahl der Atome und die 4 für die Sauerstoffatome in der zyklischen Ätherstruktur. Eine dritte wichtige Gruppe sind die Polyäther. Es sind langfällige Verbindungen der Art R1, O, R2, R3. So sind Polyethylenglyzol und Polypropylenglyzol Beispiele für die Gruppe Polymerer Äther. Polyäther können durch die entsprechenden Epoxide durch katalytische Polymerisation hergestellt werden. Das Wichtigste zu diesem Thema noch einmal zusammengefasst. Äther sind organische Verbindungen, die als funktionelle Gruppe eine Äthergruppe besitzen. Die Äthergruppe besteht aus einem Sauerstoffatom mit zwei organischen Resten. Äther sind in der Natur weit verbreitete Verbindungen. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up! Also bis gleich bei Learning Level Up! bei Learning Level Up! Untertitelung des ZDF, 2020